Ich begrüße euch ganz herzlich im Namen des Kreisverbandes hier im schönen Uecker Park. Wir haben wieder wie gewohnt unsere ganzen Frierestände für euch aufgebaut, in diesem Jahr neu und besonders unser Highlight das Karussell, wie gewohnt kostenlos. Ihr könnt heute kostenlos Karussell fahren, den ganzen Tag bis 18 Uhr. Ihr könnt euch mit Popcorn versorgen, ihr könnt Kuchen essen, hier vorne die Eltern Kaffee trinken, es gibt auch Brause, alles kostenlos. Auch heute hieß es wieder ein Herz für Kinder auf unserem 9. MPD Kinderfest hier in Uecker-Münde. Unsere Hauptattraktion war heute ein Kinderkarussell, was wir organisieren konnten. Auf diesem Wege möchten wir uns auch bei allen Kameraden, bei allen Firmen bedanken, die uns logistisch bei diesem heutigen Kinderfest unterstützt haben. Wir sehen uns wieder im nächsten Jahr.